Ja, hallo hier bei Deutschlandwetter zu einem neuen Update in diesem Video. In diesem Video schauen wir mal auf das Wetter in den kommenden Tagen. Dort könntest du nämlich ein ziemlich interessantes Wetter erwarten und vor allem ab nächste Woche. Ich habe mir dieses Bild ausgesucht, das passt einfach gut. Im Bergland gibt es Schnee, vor allem mit diesem schönen Dörfchen hier im Hintergrund. Schauen wir auf die in das Tagesmittel. Die Temperaturen von gestern, da sehen wir im Westen Temperaturen von 5 Grad im Mittel, im Süden waren es nur 1 bis 3 Grad, auf der Zugspitze waren es minus 12 bis minus 13 Grad im Mittel. Also man merkt im Norden und Nordosten und Süden, ja, dort war es kühler als im Westen und Nordwesten. Schauen wir auf die Niederschlagsmengen gestern und da sehen wir, dass überall in Deutschland das, was einen Niederschlag gab. Am meisten gab es in den Mittelgebirgen. Dort ist der Regen gegen die Mittelgebirge geprescht. Im Süden gab es dagegen gar keinen Niederschlag, vor allem im südlichen Berlin und Brandenburg, aber dafür im Süden, im Schwarzwald und im Bayerischen Wald. Dort aber das meiste als Schnee. Schauen wir auf die Wetterlage vom heutigen Mittwoch. Und da sehen wir ein Tief, das dann uns kräftigen Wind bescheren wird. Dann haben wir noch ein Hoch auf dem Atlantik und dieses Hoch sorgt eventuell für die Wetterberuhigung am Wochenende. Aber erstmal an den nächsten drei Tagen ist keine Wetterberuhigung in Sicht. Schauen wir auf das Wetter vom heutigen Mittwoch. Und da sehen wir viele Schauer, vor allem am Nachmittag über der Mitte. Die bewegen sich dann weiter Richtung Süden. Dabei haben wir Temperaturen von 9 Grad an der Nordsee und im Nordwesten. Und von 3 bis 8 Grad im Mittel und am kältesten mit voraussichtlich im äußersten Südosten Richtung Reit im Winkel. Dort haben wir Temperaturen von um die 0 Grad. Der Schnee fällt in den Mittelgebirgen als Schnee. Schauen wir auf die Windböen. Von heute, da sehen wir verbreitet im Nordwesten und in der nördlichen Mitte und im Osten und Südosten hohe Windgeschwindigkeiten von teilweise 50 bis 90 kmh. Wenn wir schauen, ist auch mal die 100 kmh möglich. Im Südwesten kommt am wenigsten Wind auf. Vor allem am Oberrhein, im Rhein-Main, im Rhein-Main-Gebiet. Dort kommt kaum was an Wind. Schauen wir auf das Wetter am Donnerstag. Da haben wir so eine Front. Einmal von NRW über Hessen bis nach Baden-Württemberg und Bayern. Dort schneit es dann auch in den Mittelgebirgen. Im Flachland ist es eher der Regen, außer im ostdeutschen Flachland. Dort könnten dann auch einzelne Schneeschauer dabei sein. Der Wind kommt aus nordwestlichen Richtungen. Dabei haben wir Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad im Mittel. Am wärmsten wird es im Nordwesten mit bis zu 8 Grad. Und am kältesten an den Alpen bis 0 Grad, wo der Schnee dann an die Alpen klatscht. Schauen wir noch zum Schluss auf den Freitag. Und da haben wir eine Zweiteilung. Im Westen wird es langsam trockener. Dort bäumt sich dann dieses Hochdruckgebiet auf. Aber im Osten haben wir noch sehr, sehr viele Niederschläge in verschiedenen Niederschlagsformen. Schnee, Schnee, Regen und einfach nur der Regen wird dann da vom Himmel kommen. Also Wetter Zweiteilung. Dazu haben wir Temperaturen im Westen von 5 bis 11 und im Schneefall und Regen im Osten von 0 bis 5 Grad. Jetzt schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die Niederschlagsignale im Westen. Und im Westen sehen wir doch, dass die Modelle sich jetzt einig sind, dass wir nächste Woche ab dem 9. Februar so circa bei Temperaturen von um die 0 bis 2 Grad liegen werden. Mit wenig Niederschlägen. Und danach geht es auch wieder bergauf mit mehr Niederschlägen. Aber dann pendeln wir auch nur so zwischen 0 und 5 Grad. Also es ist nicht kälter als jetzt. Es ist zwar kälter als jetzt so, aber nicht wärmer. Schauen wir auf das Wetter oder die Temperaturen in 2 Metern Höhe im Osten. Und da sehen wir ein ähnliches Spiel. Auch da geht es bergauf und dann nehmen auch dort die Niederschlagsignale zu. Am Anfang haben wir noch die Niederschlagsignale in Form von Schauern und Gewittern. Und da wir eventuell ab und zu auch mal einzelnen Schneefallgebieten. Und dabei, wie gesagt, pendeln wir bei 0 bis 3 bis 4 Grad. Und natürlich sind noch einzelne Ausreißarbeiten nach oben dabei. Hier ein bis zu 10 Grad zum Beispiel nach oben. Schauen wir auf die Temperaturen in 1.500 Metern Höhe. Und da hat gestern, der 12er Lauf von gestern Nachmittag oder Abend berichtet, dass genau Kaltluft über Deutschland liegen würde. Mit Temperaturen in 1.500 Metern Höhe von minus 10 bis minus 12 Grad. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem 18er Lauf von jetzt, da sehen, von gestern oder von der heutigen Nacht, da sehen wir, im Süden wird es zwar auch hier einen Kaltlufteinbruch geben, aber im Norden wird es zwar auch kalt mit Temperaturen von minus 5 bis minus 10 Grad in 1.500 Metern Höhe, aber es wäre nicht so kalt nach dem 18er Lauf vom GFS-Modell wie im 12er Lauf. Blicken wir jetzt einen Ticken weiter. Und da hat doch das GFS-Modell eine Rausgabe mit dem 12er Lauf gestern. Und da sehen wir teilweise minus 15, minus 16, minus 17 Grad in 1.500 Metern Höhe über Deutschland und da würde es dann teilweise strengen Dauerfrost geben im Mittelgebirgen bis zu hin Dauerfrost, auch im Flachland. Und das Ganze würde sich über ganz Deutschland legen. Diese Minustemperaturen oder diese deutlichen Minustemperaturen in 1.500 Metern Höhe. Und der 18er Lauf, der dachte, ne, mache ich nicht, ich lasse die Kälte weiter im Nordosten lungern. Und dort würde die dann vielleicht im Laufe der Zeit auch aus nordöstlichen und östlichen Richtung nach Deutschland hereinbrechen. So haben wir Temperaturen nach diesem Lauf in 1.500 Metern Höhe von 2 bis 4 Grad. Minus 2 bis minus 4 Grad, so. Schauen wir noch zum Schluss auf die Schneehöhen am GFS-Modell am 13.02. Ich habe jetzt mal die Europa-Karte und Europa-Plus-Atlantik-Karte genommen. Da sehen wir im Nordosten, haben wir eine ordentliche Schneedecke, also ganz in Nordosteuropa, nicht in Nordostdeutschland. Und da habe ich das D für Deutschland markiert da. Und dann sehen wir, in Deutschland kommt kaum was an Schnee vom Himmel. Außer vielleicht im Mittelgebirgen mal einzelne, teils kräftige Schneeschauer. Also sonst würde in Deutschland nichts an Schnee vom Himmel kommen oder kaum was an Schnee. Das war es schon wieder. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und eine Sache habe ich noch, schickt mir gerne Fotos von der kalten Luft, zum Beispiel von Landschaften oder von Schneelandschaften. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.